Du bist ja unsicher, ob deine Arbeitskollegin Interesse an dir hat. In diesem Video werde ich dir klare Anzeichen dafür zeigen, dass es der Fall ist. Weil das ist nicht immer so leicht zu erkennen, vor allem, wenn du nicht so viel Dating-Erfahrung hast. Ist sie einfach nur nett oder will sie doch mehr? Und im Job muss man natürlich auch immer mit Fingerspitzengefühl rangehen, weil ein Fehler oder eine falsche Interpretation kann dazu führen, dass du deinen Beruf verlierst. Deswegen, was für Anzeigen es gibt und worauf du achten solltest, alles in diesem Video. Und bevor ich hier richtig ins Detail gehe bezüglich Signale, Ein wichtiger Disclaimer, es gibt immer ein gewisses Risiko im Job, wenn du Frauen dort kennenlernst, dass das Ganze irgendwie schief geht und dass es sich eventuell negativ auf deinen Ruf auf der Arbeit auswirkt oder vielleicht dazu führt, dass du irgendwie Probleme bekommst, gefeuert wirst, was auch immer. Deswegen ist es super wichtig, dass du dir vorher immer nochmal Gedanken dazu machst, gibt es vielleicht ein gewisses Risiko, auch wenn man davon jetzt vielleicht mal nicht auskennt und eine Kollegin eigentlich super nett ist. Besteht dieses Risiko oder ist es vielleicht so, dass wir so weit entfernt in verschiedenen Abteilungen arbeiten oder uns gar nicht so oft sehen oder irgendwelche anderen Gründe, du vielleicht sogar vom Job weg willst und dementsprechend das Ganze eine sichere Sache ist. Also überleg dir das lieber mal, bevor du dann letztendlich Probleme bekommst. Und um es mal zusammenzufassen, all diese Dinge, die ich jetzt aufzählen werde, sind letztendlich eine Form von Invest von der Seite der Frau. Das sind Dinge, die eine Frau, die einfach nur freundschaftlich mit der Zeit verbringen würde, in der Regel nicht machen würde oder generell eine Person, die einfach nur, eine Frau, die einfach nur deine Kollegin ist, nicht machen würde. Lass uns direkt rein starten mit den Anzeichen. Zum Beispiel eine Möglichkeit ist, dass sie regelmäßig in deiner Nähe ist, obwohl sie das nicht sein müsste. Zum Beispiel, du kopierst irgendwas und auf einmal steht sie auch dort an und will was kopieren, obwohl sie eigentlich gar nicht so oft dort ist. Oder du machst eine kurze Pause und auf einmal kommt sie auch. Oder du gehst rauchen und auf einmal steht sie neben dir. Und wichtig ist, du solltest auf mehrere Signale achten. Also wenn nur eins dieser Dinge, die ich dir jetzt hier sage, zutrifft, ist es noch kein klares Signal, sondern Signale oder generell ein Gesamteindruck lebt immer von mehreren Signalen. Also dementsprechend achte mal darauf, dass mehrere Signale unbedingt gegeben sind. Ein weiterer Signal ist, dass sie persönliche Fragen stellt. Sie stellt nicht nur Fragen zum Arbeitskontext, sondern sie will Dinge über dich wissen. Ganz besonders auch so Dinge, vielleicht nach einiger Zeit, wie ob du vergeben bist. Sowas ist ein ziemlich deutliches Signal. Oder was du in deiner Freizeit machst, was du am Wochenende machst. Solche Dinge, ja, oder was du nach der Arbeit machst. Also sie stellt immer wieder persönliche Fragen. Natürlich nicht extrem auffällig, aber so, dass es vielleicht andere Kollegen bei dir nicht machen würden. Ein weiteres Signal ist, dass sie dich anlächelt. Zum Beispiel kommst du gerade rein, sie ist schon dort und sitzt irgendwo im Büro und lächelt dich an. Oder du hast zu ihr Blickkontakt. Oder du machst gerade Pause, sie läuft vorbei und lächelt dich an. Ein weiteres Signal ist, dass sie versucht, dich außerhalb der Arbeit kennenzulernen. Also dass sie vielleicht auch mal sogar was organisiert mit Arbeitskollegen und dich dort einlädt. Oder dass sie auf der Weihnachtsfeier auf einmal auf dich zukommt und mit dir reden will. Sowas ist ein ziemlich klares Signal. Weil Frauen wissen natürlich, weil sie sozial auch intelligent sind und sich bei sowas oft mehr Gedanken machen als Männer, dass es ein gewisses Risiko auch gibt auf der Arbeit. Oder dass es unprofessionell rüberkommen kann, jetzt mit dir zum Beispiel zu flirten. Und dementsprechend sind Frauen da in der Regel noch etwas subtiler. Und sie nutzen dann oft so Chancen wie zum Beispiel eine Weihnachtsfeier, um dann letztendlich mit dir in Kontakt zu kommen. Ein weiteres Signal ist, dass sie dir Komplimente macht. Zum Beispiel zu deiner neuen Frisur oder zu einem neuen Outfit oder was auch immer. Also ihr fallen auch vor allem Details bei dir auf, die anderen Arbeitskollegen vielleicht nicht so auffallen. Obwohl ihr eben gar nicht so ein so enges freundschaftliches Verhältnis habt, wie vielleicht du mit anderen Arbeitskollegen hast. Ein weiteres Zeichen ist, dass sie sich für dich einsetzt. Zum Beispiel seit einer größeren Runde und du trägst eine Idee vor bei einem Meeting. Und die anderen finden es vielleicht nicht so gut, aber sie verteidigt dich und spricht für dich. Das ist auch ein klares Signal, dass sie dich irgendwie sympathisch findet. Und natürlich generell, wenn sie sich freut, dich zu sehen. Wenn du merkst, du kommst vielleicht nach dem Urlaub zurück oder du kommst ins Büro und du siehst, wie sie lächelt, wie sie sich freut, dass du da bist. Das ist auch ein sehr gutes Signal. Natürlich auch, wenn sie merkt, dass du mit anderen Frauen vielleicht redest oder sogar flirtest, dann stört sie das. Dann kommt sie vielleicht sogar dazu oder du merkst, dass sie sich da irgendwo, dass sie das nicht so gerne mag. Auch wenn du vielleicht mit einer anderen neuen, hübschen Praktikantin redest oder was auch immer. Dass sie das dann irgendwie stört, das ist auch ein relativ starkes Zeichen. Kann sogar sein, dass sie dann diese neue Kollegin ein bisschen schlecht redet in deiner Gegenwart. Einfach um, das ist eine typische weibliche Strategie, auch um sich eben attraktiver zu präsentieren, als die andere Person oder die weibliche Konkurrentin etwas auszuschalten. Ein weiteres sehr deutliches Signal ist, wenn sie auch in deiner Gegenwart versucht, besonders gut zu wirken. Also sie stylt sich auf einmal noch mehr auf, sie zieht sich hübsch an, zieht sich vielleicht sogar mal Heihels an, wenn das normalerweise nicht üblich ist. Läuft immer wieder an dir vorbei und das ist auch so ein typisches Signal, wenn sie sich einfach Mühe gibt in deiner Gegenwart, ein Zeichen dafür, dass sie dich interessant findet. Ein weiteres ziemlich eindeutiges Signal ist, wenn sie dir auf Social Media folgt, wenn sie dich auf Instagram zum Beispiel findet oder sogar fragt, wie du da heißt und dir dort folgt, und machen das Frauen in der Regel, wenn sie dich eben interessant finden. Natürlich auch so Dinge, wie wenn du an Projekten arbeitest zum Beispiel, dass sie sich anbietet, dir zu helfen, obwohl es gar nicht ihre Aufgabe ist. Oder dass sie einfach regelmäßig mit ihr Blickkontakt aufbaut und du erwischst sie immer wieder, wie sie zu dir rüber schaut und vielleicht, wenn du hinschaust, schaut sie dann so leicht beschämt weg. Weitere Signale können kleine, nette Gesten sein oder Geschenke sein, wie zum Beispiel, dass sie dir einen Kaffee mitbringt oder einfach mehr über deine Witze lacht und die vielleicht lustiger findet, als sie normalerweise sind. Oder dich vielleicht sogar leicht beiläufig berührt und dass sie dich zu Dingen einlädt, dass sie zum Beispiel zu einer Geburtstagsfeier dich einlädt oder dass sie dich zum Mittagessen letztendlich einlädt. Jetzt habe ich dir einige Beispiele genannt, die auf Arbeit typisch sind und generell, wenn du mehr Datingerfahrung hast, dann merkst du sowas auch sehr intuitiv und hast ein gutes Gespür, wann es okay ist, sie vielleicht mal sowas einzuladen oder wie du auch dann den nächsten Schritt machen kannst. Wenn du dazu auch mehr erfahren willst und vielleicht eine konkrete Situation auch gerade hast, buch dir gerne einen Call, da können wir individuell auf dich eingehen. Du findest den Link hier unten in der Videobeschreibung auf lasselande.de, kannst du mal draufgehen und ein kostenloses, unverbindliches Gespräch buchen. Ansonsten, ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen, du hast jetzt mehr Klarheit und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Ciao. Ciao.